Hallo everybody! Sexy people are draussen am anderen in der Internetleitung. Hier fliegt gerade ein Staubkorn durch die Gegend. Aber das macht nichts, denn wir sind wieder zurück bei Minecraft. Und hier steht's auch schon geschrieben. Finally Beta. Wir sind in der Beta-Phase angekommen. Was das für uns bedeutet, weiß ich gerade mal gar nicht. Außer, dass wir hoffentlich unsere Bäume jetzt ungestört abbauen können. Oder wir brauchen aber lange für das Terrain bilden. Oh Gott, hoffentlich geht nichts schief. Okay. Habe ich irgendwas vergeigt? Ne, ich glaube nicht. Und Soundstelle ist schon... Vorsorglich runter. Okay. Alter. Mein Gott. Gut, dass das hier nicht ruckelt. Ist ja schön. Gut. Ähm. Gut. Dann gehen wir hier mal wieder runter. So. Aua. Gut. Auf Peaceful habe ich schon gestellt. So. Hier in der Berg alt. Hier liegt noch so viel Arbeit vor uns. Dass wir gleich mal anfangen, wenn ich es unser Ende da anschaue. Oh mein Gott. Ja. Gut. Meine Frisur ist natürlich wieder legendär. Ich habe irgendwie viel zu viel Weiß drin. Er würde sich das ändern oder? Tatsächlich würde sich da rein gar nichts drin ändern, wenn ich mir die Mütze aufsetze. Aber warum denn? Auf. Und anscheinend mag der Pulli das nicht. Also. So. Jetzt haben wir hier weniger rauschen. Und äh. Das ist gut. Eigentlich müsste ich mittiger sitzen. Und das wird nichts glaube ich. Äh ja. Minecraft ist zurück. Ähm. Hier. Was heißt zurück? Äh. Es war nie weg. Hallo Schaf. Bleib doch mal stehen. Wow. Äh. Es war nie weg. Es war nie weg. Ah. Wir sind jetzt in der Beta. Ja. Gibt es sonst irgendwas Neues zu verzeichnen? Ich glaube nicht. Ah. Ich glaube tatsächlich, dass es sonst keine wirklichen Neuigkeiten gibt. Oh wow. Außer dass meine Schaufel kaputt gegangen ist. Und dass mir mein linker Fuß weh tut. Warum auch immer. Also es würde mich echt interessieren. Aber. Ich glaube. Es würde nichts bringen. Es herauszufinden. Ähm. Wo ist das jetzt hier eigentlich? Ach hier so. Äh. Bei Gelegenheit kann man dann auch hier gleich das Wesentliche machen. Ja. Eigentlich schon. Aber dafür fahren wir hier erst nur einen Stein. Kann man nämlich dafür ganz gleich super hernehmen. Denke ich mal. Es wäre schon sehr praktisch. So. Dann würde ich auch fast sagen. Bauen wir da unten zumindest ein kleines Häuschen hin. Aber. Wollen wir das überhaupt? Wäre halt schön. Dann hätten wir zumindest mal ein fertiges Gebäude hier. Statt einem riesigen. Das äh. Vor sich hin vegetiert. Oh. Wie ist das witzig? Kann ich oben auch nicht einagern. Oh hoppla. Lauter Hühnchen? Soll ärrschen. mal wieder hier hochgehen so also ich glaube dieses tali wird nie richtig ausgehoben werden andererseits wenn es dann so weit wir hätten wir wirklich was geschafft und vor allem hätten das wofür wir am anfang also warum habe ich das eigentlich nicht gemacht also ich stein brauchte für die außenmauer der burg das wäre eigentlich nahegelegen weil das dass wir hier an steine rauskriegen ist wirklich viel also wirklich richtig viel ja wahnsinn das ist aber hässlich hier kann ich dann generell alles umbauen glaube ich das hat schon mal geklappt ich würde sagen hier machen wir die ecke da die bleibt einfach keine höhe weil das einfach nicht schön wäre das ist unwerfend ne oh je was warte du meine güte die wände muss ich so stehen lassen mal versuchen hier hoch zu gucken aber mehr auch nicht und da wird es auch schon dunkel nicht im ernst jetzt schon wenn es dauernd dunkel werden ich will es doch eigentlich hell haben so gut ja dieses tal das wird noch lustig werden hier glaube ich ich weiß gar nicht was ich so großartig gerade sagen soll ich müsste eigentlich einfach nur aus mir heraus plaudern aber ich wüsste nicht was oha was das denn die musik passt jetzt in der nacht manchmal gar nicht wo wir haben auch keine er kann schaufeln mehr ein scharf ey komm her lass dich knuddeln oh gott ganz viele schafe lasst euch knuddeln oh gott sind das oh wie geil mhm hallo ich glaube wir in der höhle hallo ich glaube fast es sind immer dieselben höhen so viele verschiedene höhen können hier unten noch gar nicht sein übrigens neuesten gerüchten zufolge soll in dieser microsoft version das laub wieder decayen nach dem update ja es sagt einmal was aber echt sehr viel schafe hallo 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 äh ne hallo hallo waren das jetzt alle hallo 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 am hallo hallo also das dumm ist kein grüner rand das ist oder jedoch das ist grüner rand es ist kein grüner rand das ist grün der spitzhacke oh man ja gut so interessant nur eine aufnahmespur quasi zu spielen die bildschirm zu vertauschen wäre bestimmt lustig oder auch nicht aus dem grund weil das format 4 zu 3 wäre nicht 16 zu 9 das war definitiv jetzt sehr gut gut ja 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 oh gott dieses tal hier wieder es ist einfach unfassbar wie viel man tatsächlich hier weg kloppen muss damit das einigermaßen nach was aussieht am ende also wirklich ich kann mir das so gar nicht so richtig vorstellen jetzt haben wir noch zwölf spitzhacken mit dem wir sogar zwölf steck steine fabrizieren das ist das wird doch was dann als nächste aktion könnten wir noch